Hey, da sind wir wieder. Zeit für das Neueste aus Inkopolis, direkt vor Ort am Inkopolis-Platz. Es gibt ein Update. Oh, ich liebe Updates. Bei den Arenen gibt's was Neues. Sieh mal an. Fantastisch. Immer gut, mehr Auswahl beim Kämpfen zu haben. Neue Entwicklung bei den Waffen. Oh je, da wird Artie wieder was zu erzählen haben. Ich hab ihn ja gern, aber seine Faktendauerfeuer kann schon ermüden. Huch, hier liegt was. Kiste öffnen. Okay, cool. Okto-Lagenshirt für Mehrspielerpartien erhalten. Studio Okto-Hörer für Mehrspielerpartien erhalten. Okay, cool. Ich hab euch grad am Anfang einmal kurz die neuen Waffen und so da eingeblendet, weil, ähm, äh, die, also es gibt vier neue Waffen und eine neue Map, hab ich gelesen. Und ich dachte, ich zeig euch das am Anfang kurz, bevor wir uns hier der Story wieder widmen werden. So, ich hab mich jetzt hier zum fünften Level geschossen, wo wir ja auch, äh, weitermachen müssen. Surfen im Okto-Park mit Vorgabe von Artie. Und wir schnacken gar nicht lange dran rum. So, na gucken mal, was uns hier erwartet. Boah, das sieht geil aus. Nimm bitte das hier. So kannst du nützliche Daten für mich sammeln. Heldendoppler sind tatsächlich meine Lieblingswaffen immer gewesen. Das sind die Heldendoppler. Drücke beim Feuern im Laufen B, um auszuweichen und zu rollen. Du kannst in jede Richtung rollen. Probier es aus. Alles klar. Moment, ich muss jetzt erstmal hier, so. Drücke beim Feuern im Laufen B, um zu rollen. Also, wir feuern. Jetzt drücke ich B. Und was bei den Rollern hier, äh, das, das hab ich mir sogar noch gemerkt. Wenn ihr ausweicht, so, also wie wir feuern jetzt, ne, dann seht ihr, dass wir diese zwei Punkte hier haben. Das heißt, äh, unser Schuss ist so ein bisschen gespreadet. Äh, wenn wir jetzt aber feuern und ausweichen, haben wir danach nur noch einen Punkt, wo wir so stehen. Habt ihr das gesehen? Also, warte, ich mach das nochmal. So, ausweichen. Jetzt, äh, solange wir dann stehen, schießen wir immer nur auf einen Punkt. So, nochmal feuern. Ausweichen, wenn wir jetzt stehen bleiben, schießen wir nur auf einen Punkt ganz gezielt. Das bedeutet, wenn man irgendwem dann ordentlich mal eins geben will, dann, äh, ich guck mal gerade, was hier unten so abgeht. Äh, ich hab mir jetzt, ähm, die älteren Splatoon-Folgen, also immer so das, was ich halt schon kenne und so, ne, hab ich mir beim, äh, bei Yannick angeguckt, also bei Destiny Cars, der macht ja auch Splatoon-Videos, sehr, sehr viele. Und, äh, was ich halt übelst heftig fand, ich kann gewohnt mit ZR schießen. Ja, Ballon, Ballon. Ähm, und es ist halt schon voll heftig, wenn jemand richtig gut Splatoon spielen kann. Und dann, äh, hoppala. So, jetzt sind wir hier. Ich will auch, beim Springen ist der richtige Zeitpunkt wichtig. Ach, sollten wir hier jetzt quasi gerade üben, so von einem Dings aufs andere zu springen. Das kann ich ja gern nochmal machen. So. So, jetzt sind wir hier und haben den Checkpoint erreicht. Das ist doch schön. Jedenfalls, wo ich eben drauf hinaus wollte, war, äh, zu sagen, dass, äh, dass der Typ halt einfach voll krank ist, was, also der spielt halt richtig gut. Treffe ich mit denen hier? Nee, ne? Äh, dann müsste ich gerade mal kurz hier hoch, so, hier rüber und dann das Gerät hier abfeuern. So, dann hier einmal die Kiste. Und, äh, ich glaub, da hinten geht's sogar weiter. Äh, ja, gut. Auf und weiter geht's. Jo, soweit war ich auch schon. Warum ist hier schon wieder direkt ein Checkpoint? Bei diversen Verschlungenen und Zerfschlägenen musst du beim Springen aufpassen. Warum muss ich da aufpassen? So. Das hier einmal. Dich kaputt machen und hui. So, dann mit den Dopplern kannst du dich direkt auf die Surfschiene rollen. Ach so. Okay, cool. Dann machen wir das doch mal. Äh. Ah. Okay, cool. Äh, hier will ich aber einmal noch hoch. Da sah's nämlich ganz, ganz interessant aus. So. Hier oben gibt's ein bisschen Rüstung. Aber hier hinten scheint noch nix irgendwie im Sinne so... Oh, hi. Äh, so im Sinne von Anchovium oder irgendwie sowas. Äh. Gehen die auch andersrum? Nee, okay, andersrum gehen die nicht. Dann kann ich jetzt ja auch die Kiste hier kaputt machen. Da wäre ich gerade sogar noch fast ins Aus gesprungen. So, hier ist aber auch nix. So, jetzt sind wir hier. Hier ist ja auch eigentlich... Also bis jetzt wäre das auch noch, äh, zu offensichtlich gewesen. Hier vielleicht? Äh. Da unten. Äh, wenn ich das anschieße. Aber ist hier unten denn... Aha. Ach so, ist auch nur so ein Ding. Okay. Warte mal, wenn ich das... Spring mit B zwischen den Surfschienen hin und her. Okay. So. 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 Äh. Das war falsch, aber komme ich hier trotzdem hoch? Ich komme hier trotzdem hoch. Du bist krass unterwegs, Nummer 4. Ach scheiße, ich komme gar nicht mehr zurück, ne? Doch komme ich. Warte. Warte, jetzt geht die nach vorne. Äh. Ah Mist. Ich will noch mal zurück. Da habe ich nämlich gar nicht alles gekriegt. So. So. Und jetzt kann ich hier nämlich nochmal hoch. Weil ich will da oben noch auf die, äh... Hupala. Äh, ja, wenn ich einfach hier lang fahre quasi. Weil ich will da oben nämlich noch drauf. Hier ist nämlich was. Zwar nicht das, was ich gesucht habe. Aber hier ist was. Ähm. Was übrigens natürlich auch viele gefragt haben. Wie komme ich da denn hoch? Bestimmt da hinten gar nicht irgendwo, ne? Äh. War halt die übliche Frage mal nach den, äh... Oh. Nach den Online-Kämpfen. Die wir natürlich auch gerne mal machen können. Irgendwann. Öh. Okay. Aber... So. Kommt der hier hoch? Null. Du bist ja ein... Eine Nulpe. Äh. Komme ich da oben? Irgendwie hin? Ich sollte hier vielleicht die Farbe mal umfärben. So. Hier hinten mal. Oh. Die da hinten haben wir schon gesehen, ne? Äh. Wie gesagt. Können wir auf jeden Fall gerne mal machen. Aber... Halt nicht jetzt direkt. Äh. Weil ich hab halt im Moment... Also das Problem ist. Wir können, wie gesagt, die Online-Kämpfe... Hab ich selber mega Bock drauf. Ähm. Und, äh... Oh. Ist das jetzt so eine Sache auf Zeit? Ich hoffe nicht. Äh. So. Das mal weg. Ich glaub, hier sollen wir ja weiter. Ne? Ich dachte jetzt eigentlich gerade, ich geh hier irgendeinen coolen Geheimweg. Hü. Falsche Farbe. Ne. Dann können wir das hier noch... Ich muss mal grad meine Kamera richtig machen. So. So möchte ich bitte gerade gucken. Ja. Danke. Hier ist... Okay. Hier ist das. Das ist eine Abkürzung... ...nach da. Und das geht einfach nur... Das hört da auf. Moment. Dann können wir also erst... ...ganz entspannt die Linie hier nehmen. So. I. So. So. Können hier dann runterplumpsen. Und dann können wir jetzt... Guck doch gerade so. So. Äh. Können jetzt dann ganz entspannt... ...hier... ...langfahren. Wir haben noch weder die Schriftrolle noch das Anchovium. Das sieht spaßig aus. Manchmal wünschte ich... ...ich würde mein Leben riskieren. Ah. Limone. Ich weiß ja nicht. Hier irgendwas? Nein. Da irgendwas. Ist hier an den Seiten irgendwas, was wir übersehen haben? Auch nicht, ne? Ähm. So. Okay. Den habe ich nicht. Oh fuck. Da hätte ich bestimmt was Tolles bekommen. So. Und jetzt. Hier haben wir schon mal das Anchovium. Und das ärgert mich gerade, dass ich nicht zurückkomme. Weil da hinten ist auch noch eine Kiste. Ah. Der Elektro-Wels muss in der Nähe sein. Was? Der letzte Checkpoint? Oh shoot. Naja, komm. So. Da. Ich hau an mein Mikrofon. Es tut mir leid. So. Weg mit dir. Da ist auch noch so ein Ding. So. Geh weg. Jetzt waren noch irgendwo... Komm ich hier hoch. Drücke beim Feuern im Laufen B, um zu rollen. Nicht vergessen. Ja, ich weiß das wohl. Aber. Was ist denn, wenn mich das gar nicht... Also, wenn ich das gar nicht unbedingt brauche. Ich den so kaputt. Ja. Wo hat mich denn noch wer gesehen? Ach. Da oben muss noch irgendwo was sein. Okay. Cool. Äh. Da oben drauf. Aber wie komme ich da drauf? Äh. Da ist ein Ballon. Hat der mich getroffen? Nein. Der hat mich nicht getroffen. Äh. Wie komme ich denn hier irgendwo hin? Ich habe das gar nicht... Ach. Da oben ist so eine Ding. Das ist okay. So. Tinte aufladen. Das hier ansprühen. So. Äh. Nein. So bitte. Unsere Klamotte sieht total cool aus. Die wir hier anhaben. So. Das. Den. 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 Ja. Äh. Die Schriftrolle. Die Schriftrolle. Nein. Ich will zurück. Ich will zurück. Moment. Wenn wir hier jetzt mit ganz viel Anlauf... Das färben ja, ne? Und wenn wir hier jetzt... Ich hatte hier eben einen Checkpoint. Hippah. Hat geklappt. Die Schriftrolle hätte ich dann nämlich doch ganz gerne. So. Äh. Die war da. Da muss ich da runter springen, ne? So. Schriftrolle. Hätten wir die auch. So. Jetzt können wir fliegen. Woo. Ich weiß übrigens bis heute nicht, ob ich den Gedanken eben mit dem Multiplayer, ähm, zu Ende gesprochen habe. Aber jedenfalls. Ähm. Wir können das gerne machen. Irgendwann. Aber ich hab im Moment echt viele Projekte. Es kommen viele Spiele. Und ich, ähm, mag mich jetzt halt erst auf eine Sache konzentrieren. Dann lass mich mal in dem Waffenlogbuch schauen. Sehr gut. Mit den Daten lässt sich was anfangen. Ich bin sicher, du wirst mir noch mehr interessante Daten zu dieser Waffe liefern. Je mehr Daten ich bekomme, desto schneller landet sie in meinem Angebot. Viel Erfolg weiterhin. Heldendoppler erhalten. Neue Waffe. Heldendoppler drücke plus, um die Waffe zu wechseln. Woo. Zeige diesen Coupon Shrimpson auf dem Inkopolisplatz. Das sieht wie ein Coupon von Shrimpy Snack aus. Geh doch mal zu Shrimpson auf dem Inkopolisplatz. Da kannst du ihn einlösen. Der hat da wirklich leckere Sachen. Und natürlich hab ich jetzt Hunger. War ja klar. Ähm, eine Anleitung zum Reichwerden von einer zwielichtigen Gestalt mit wirren Haaren. Ich hab locker 10 Millionen damit geschöffelt, in der Seitengasse abzuhängen. Und du kannst das auch. Fällt irgendwer auf solchen Quatsch rein? Hm? War das eine Anspielung auf irgendwas? Wenn ja, dann hab ich sie nicht verstanden. Mit X kannst du unter Übersicht ansehen, was du schon erreicht hast. Ja, das weiß ich wohl. Das hier war Level 5, ne? Hm? Ja, Level 5. Dann fehlt als nächstes die Nummer 6. Wo ist die denn? Da hinten ist die Octospire Fire. Das 8, das 9, 7, 6 wäre da oben. Alles klar, dann müssen wir da gleich mal hin. Welche kaputt machen eigentlich? Nice. Plups. Ach, das waren wieder diese Ballons hier. Die geben bestimmt wieder eine Schriftrolle dann, die ich dann erstmal übersehe. Und, äh, ja. Hui. Wir haben jetzt auch, wir haben 5 an Showium und 797, äh, 797 Dingens hier. Ähm. Kann ich jetzt eigentlich, oder? Ne, dann krieg ich Schaden. Okay, ich wusste nämlich jetzt nicht, ob das noch von mir letztes Mal eingefärbt ist. Quasi. Ich könnte mir ja mal versuchen, diese Ballons da zu holen, eigentlich, ne? So, der nächste war hier. Dann waren da. Welche? Wo ist der nächste? Ich hab'n... Ach, da vorne. Äh. Nein, 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 nein. Okay, die wären hier. Ich versuche den Weg dahin dann schon mal so ein bisschen zu färben. Damit wir die vielleicht dann halbwegs einfach kriegen. Da. So, dann war der da. Dann waren die hier. Dann waren die hier. Ach, da oben drauf. Ist ja ekelig. Hä? Geh doch mal da weg. Hallo. Gehst du mir mal da aus dem Weg? Okay, der nächste wäre hier gewesen. So, warte mal, wenn ich hier steine... Ah, Moment, das geht besser. So. Also, nochmal. So, hier, dann. Da, dann. Die beiden. Hallo. So, dann. Drei. Eins. Zwei. Okay, der nächste wäre ich... Ha, fuck. Nee. Kann ich die hier durch kaputt machen? Ja, gut. Äh, dann muss ich gerade einmal schauen. Von hier. So, dann wäre ich hier oben. Und müsste dann schnell... Am besten so wahrscheinlich irgendwie so. Ich mache das schon mal kaputt. Dann hätten wir den Weg nämlich auch frei. Dann kann ich hier noch schnell so machen. Hui. Ich möchte die Ballons haben. Und dann am Ende ist da wahrscheinlich irgendeine Kacke drin oder so. 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 Eins. Zwei. Eins. Zwei. Hallo? Drei. Hier hoch. Eins. Zwei. Fuck. Wieder nicht geschafft. Ist der schon weg? Der ist bestimmt schon weg, oder? Der ist schon weg. Äh. Der ist, glaube ich, aber auch der einzige und vermutlich... Warte, ich kann den hier auch nochmal machen. Dann hätten wir dies nämlich schon mal komplett wieder eingefärbt. Nehmen wir uns einfach hier mal die Abkürzung. Hier wollten wir noch gar nicht hin. So. 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 Zwei. Hallo? Eins. Zwei. Oh, fuck! Nein, 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 nein. Hallo? Eins. Nein! Okay, das lag jetzt an meinem Aim. So. So. Nummer eins. Nummer... Zwei. Nummer drei. Und... Vier. So. Und... Yay! Schriftrolle! So. Willkommen im Octocanyon, im schönsten Ort der Welt. Vergessen Sie nicht, Souveniraufkleber mitzunehmen. Okay. So. Und dann jetzt auf zu... Level sechs. Der ist da hinten irgendwo. Äh... Ich weiß gerade nicht mal mehr ganz genau, wie man da am blödsten... ...hinkam. Ich kann mich auch einfach porten. Das geht natürlich auch. Aber... Äh... Ja, doch. Der ist da hinten, ich habe keinen Guatemala mitzunehmen. Yah, doch. Der ist ja. Der ist ja. Der kind nie mal sicher. Der ist ja, doch lass ihn nicht. Der kind,pasa Ist ja. Er ist ja noch ov, ACE. Wer geset...